Heute sind wir bei Chinesen. Matthias, wie gefällt es dir hier? Spezialitäten-Restaurant. Hier haben wir die Familie. Hier sind die ganzen Spezialitäten-Restaurants hier unten. Und hier seht ihr das ganze komplette Spezialitäten-Restaurant. Da kann man abends sich immer einen schönen Tisch da sehen. Aber nur einmal die Woche. Sonst, dann muss man dazu zahlen, wenn man mehrmals möchte. Und dann muss man sehen, dass der Rest aufhören.